so hallöchen freunde und da sind wir wieder auf folge nummer zwei weg damit hier war nichts mehr gesagt wir gucken erstmal dass wir alles säubern ja erwärten nichts auto erwärten müll weg gas weg so das lassen wir das lassen wir ja das lassen hier ist nichts kaputt in stelle auch hier so ecke hin was vergessen werden da bauen was neues sind mitzunehmen erwärten hier haben wir alles ja werten weil das nicht wir wollen wir mal mit was haben wir hier für unrat werden hinstellen er kommt ja nachher raus nicht weg das dahin verwerten verwerten einfach steh lassen erwerben das weg machen wir ein lager ach komm bitte bitte so das wird langsam wohnen das weg das weg das bleibt so wusste ich nicht dass man hinten durch hin kann ok so in dem haus waren wir ja verwerten 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 werden so 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 ein lager ein lager fertig Na, krieg ich dich noch hier? Nein. So, und den da ran. So, hier ist nix, der Briefkasten, kann weg, er bleibt, das weg, das ganze Ding auch weg, so, die Laterne kann man stehen lassen. Verwerten, verwerten, voll das Ding nicht, verwerten, was denn hier, nicht damit. Das bleibt, hier, das auch, das wegnehmen, so. Ja, da wird das bisschen wohnlicher hier drin. Einen liegt nix rum. Verwerten. Ein bisschen das Wasser. Ein, da war was drin, ja, da war ich. Das weg, das weg. Das auch weg. So, das Wasser ist schon mal relativ sauber wieder hier. Das weg. Das weg. Das Ding nicht weg. Das Baden hier. Das weg. Das auch. So. Boah. Ja, da wird's doch schon. So. 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 Die kann stehen bleiben. Aufstehen bleiben. Lass die aufstehen. So. mensch macht mir angst ist ja jetzt nix ein das weg ja das weg das weg ist das die flassen weg damit was gibt es hier schönes ja schon so da habe ich die tassen vergessen das geht ja gar nicht so der teppich die sachen gehen das wird weg das bleibt das bild das kommt immer alte heizung weg das bleibt auch das geht nicht weg alte toalette weg hier das kann bleiben so dann sind wir hier fertig das weg das weg die nehme ich gerne auch kann ich auch gerade den oder löschen und die tasse und mehr aus dem sinnen energie 0 das ist immer gut was haben wir hier hinten und was so so warte tab einlagern tab einlagern nein nein nicht weg weg dann kommt weg so hier sind wir mal spät was nicht hin hier wollen wir das nicht mehr wieder sehen und so so ungemütiges wetter gerade hier hier voll anbauen das geht überhaupt nicht das kommt weg bleibt das auto weg erstmal weiß man das weg alte vitrine weg so habe ich das ding weg die sachen bleiben die über die leiche blatt auch wieder nicht anders was soll jetzt erst einmal aus hier können ja gerade hier so was ein hier nie klar draußen nie bleiben wir drin näher so stuhl hinstellen stuhl hinstellen so couch der stuhl es sieht ekelhaft das ist schon ganz schön übel hier hier sieht das relativ gut aus auch ein bieten das bleibt die kommode bleibt der stuhl bleibt die sachen könnten bleiben ja so jetzt haben wir eigentlich viel aufgeräumt nicht in höhere lang 70 irgendjemand halt äh halb 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 Bewilligen. Alter, da sieht die Lüge aus. Ja. Zuweisen. Kannst du da noch ein bisschen Essen produzieren für die Leute. Das Ding kann auch weg. Das kann weg. Das. Einlagern. Verwerten. Verwerten. Entschuldigung, besser was wir da jetzt. So. Da noch. Da noch. Waren die hier drinnen? Kann mich nicht an diese Unordnung. Nein, immer noch nicht. An diese Tunnelettenschüssel würde ich mich erinnern. Oh. Achso, das ist eh bestimmt. Weg damit. Das weg. Das weg. So. Lass den auch weg. Tag. Lagern. Tag. Lagern. Lagern. Bei dem. Ich bin nicht. So. Weißt du was? was haben wir hier das kann wegschmeißen das auch so wesentlich nein das bleibt das ding weg damit ja ich glaube wir haben nicht alles ist es so viel scheißzeug nicht hier rum so das kann weg bleibt in die richtung da wenigstens keiner durch das ist eine aufreiharbeit das ist echt übel so das haben wir hier ist alles sauber habe ich gerade was gesehen naja ein lager so kurz mal hier rein damit das passt soweit dann können wir nicht wundervoll alle betten sind kaputt jetzt haben wir das wundervoll auf wunderbar der glanz von century hills wir haben wir in schnell ganz klar weg damit wie gesagt alle betten sind das bleibt so das war der nachbar wahrscheinlich ja da war ach so so fertig jetzt geht es weiter nach ewigen aufräumen so wie gesagt jetzt haben wir aufgeräumt und jetzt beginnt der eigentliche scheiß nein spaß muss sein indem wir aufräumen dass die nichts machen hier alles wohl kannst du ja helfen wir können ja nichts tun sind alle so unbegabt tisch was willst du denn eigentlich könnte ich ihn ja mal ganz schnell zuweisen kaputter stuhl nein halt befähigen da machst du auch noch ein bisschen was mit dem essen ja so er baut er hackt hier hinten noch eine es stationen ist weg ja es kann ja so bleiben sollte der nicht zum essen empfädigen ist jetzt zugewiesen ok nice so der geht zum essen zugewiesen für es perfekt so ja ist klar man sieht es betten 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 1 brauchen ein bisschen schmeißen wir sie jetzt kann schlafen wir sie jetzt kann schlafen wir sie ernst das hier Und das passt so es sollte schon ich krieg das bett dahin so ist jetzt kann hier nämlich einer schlafen zwei da wohne ich da wurde der mechaniker dann bauen wir mal hier drüben in dem haus hier ist groß ja ja hier kann man sparen das ding was weg ein lager ein lager dann warte mal und hier ein doppelt pärchen drin das könnten vielleicht das feuer was machst du denn so dann könnt ihr hier vielleicht der nächste drin hier ja sieht so ein bisschen offen aus dann kann ich alles haben überlegen du kommschau hätten fünf haben wir auch ein zweier rein so jetzt essen wo finden wir herstellen wo ist das der station ok was leben das tun wir nicht ressourcen hier wahrscheinlich wasser essen sonst ist wir haben guter bär dann haben wir den baum darüber lieber sagen wir mal hier gucken wie hast du auch so fertig toll tatupflanze ähm tatupflanze tatupflanze ist weg das ist weg das ist weg was haben wir noch hier haben wir melonen so melonen sammeln und pflücken darum darf ich hier hin so hier das gebet äh das gebet das bete das bete das bete das bete das bete das bete und stecken wir mal hier hin ich hab einladen das sieht scheiße aus so sieht besser aus wer sind hier keine es mehr was gott deswegen ok ja was haben wir noch gewesen wasser wasseraufbereitung wasseraufbereitung industriell 5 5 so produziert 10 produziert 40 wasserpumpe produziert 3 wasserpumpe strombetrieben produziert 4 benötigt 4 strom benötigt 5 strom 5 können wir also strom können wir durch machen würde ich sagen hauen wir mal was großes hin wasser da haben die dann auch was ich denke mal das muss man ja ja das war ja das war ja 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 so benötigt 8 und zwar ja deswegen na deswegen nötig 2 und produziert 10 10 und benötigt 4 es ist ein bisschen viel und sind auch zehn an immer über das hier ist denn immer das kann man wahrscheinlich hierhin bauen einmal 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 jetzt drei mal wasser wäre 30 jetzt kommt jetzt kommt das ist das datenfeld nein länderstation badewanne mit ok die arena m um Gottes Willen W-Stuhl, nice W-Stuhl, was ja, was brauchen wir Schutz, Energie Generator mittlerer Generator rosa geht nicht Generator Wind das geht natürlich gar nicht Windrad 3 3, das hat 5 nö, lieber das hier ähm die werden wahrscheinlich laut sein dann stellen wir die nämlich eher hier hin so 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 das mit 15 noch mal ein dazu 20 so 20 Energie jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie stecker und schalter leitet mal 20 ho hot ho 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 was was es hier alles gibt glanziges ist das alles ernst die ganze maschine ja das wollen nicht sonstiges in ernst lautsprechend lautsprecher stecker und schalter energiepilone groß stromleitung stromleitung die schalter schalter also das ist eine ganze menge was die hier alles reingepackt haben halleluja was ist das eigentlich hier das kann die leitung krass Nein, nicht verlassen. Wir müssen ja hier Strom bringen, ne? Spreng es um die Kabel zu. Ah, okay. Geht das, wenn wir jetzt... Ja. So. So, nice. Können wir die dann verbinden? So war. Yo. Fast. So. Energie, Wasser. Essen, Pint. Nee. Ich kann mir nichts aus den... Ja, aus den Fingern saugen. So. Schutz. 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 Dann nehmen wir das hier. Schutzwachwachwachs. Nice. Alter, schwer. Huuu. Ähm. Schutzthorn. Alle. Nice. Spießfalle, oh, Alter, im Ernst, die haben ja wirklich alle Hand, aber das brauchen also eine ganz normale Schutzdenkung. Schwere Entgegenschützung, 8. Hier kommen jetzt sechs Stückchen wegen Schaltkreise. Also ich sage mal hier, gehen wir hier oben drauf? Ich glaube, das geht nicht, ne? Hätte ich ja echt super viel gemacht. Oh. Warte. Das geht. Ups. Nice. Gibt es da die drüber auch? Nice. So. Schutz 10. Das heißt, hier vorne ist geschützt? Äh. Dann gucken wir, dass die auch hier geschützt sind. Und zwar in die Richtung. Hier hinten. Ja, die, 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 die. Scheiße, ich hab schon den da aufgenommen. Drei Stück haben wir noch hier. Ähm. Hätte ich noch ein Zwergen. Hätte ich noch ein Rohr. Ich pass mich durch. Ich pass mich durch. Lass mich durch hier. Das sieht gut aus. Kann man hier oben drauf irgendwas bauen? Kann man hier oben drauf irgendwas bauen? So. Einmal in die Richtung. Dann noch zwei Stück können wir noch bauen. Ja. Die machen wir noch fällig, Jungs. Die machen wir noch fällig. Die machen wir noch fällig. Ah, es geht. So. Und eine. So. Und eine. Einer kommt hier hin. So. Gut, Freunde. Das soll's jetzt gewesen sein. Wir sind auch soweit durch, weil, ja, wir haben jetzt alles fertig. Außer Essen nicht. Aber Essen ist klar. Wir haben gar nicht so viel Essen. Oder müssen wir? Komm mal auf das Video. Wir könnten dir mal sagen, was ist jetzt zu gewesen? Vielleicht kriegen wir dadurch Essen, auch wenn der auch noch mal mitmacht. Also Mama Wurfy, die bleibt ja da oben stehen, die macht ja gar nichts mehr. Ja. Das ist ja. Das geht ja gar nicht, Freunde. Aber naja. Okay, Freunde. Dann war es das für heute. Es kommt wieder ein scheiß Wetterchen. Aber, Baurunde würde ich sagen, ist jetzt bei der nächsten Folge beendet. Ähm. Wir haben ja alles soweit fertig gemacht, was sie wollten. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, was wir in dieser, ach und, ja, was wir in der nächsten Folge, ähm, ja, was uns erwartet. Und, ja, wir erkunden weiterhin das Wettland. Alles klar, Freunde. Bis dahin. Mach's gut. Und Tschüssi. Nein. Alles klar, Freunde. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Tãy ich äh. Untertitelung des ZDF, 2020